ARD Text im Auftrag von SWISS TAMINETAL ARD Text im Auftrag von SWISS TAMINETAL Ciao zusammen, ich bin Steff und wir sind hier auf dem Schlosshotel Wartenstein im Fähn des Taminental und das ist der Partybreak von StarTV mit dem Pat Schreiber Unglaublich aber wahr, damals hat es zu Recht der Partybreak von StarTV Hallo und herzlich willkommen Ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut Wir sind zwar in den Bergen im Bad Ragaz Wartenstein im Schlosshotel Wartenstein da findet einmal im Jahr so eine richtig geile Party statt und immer dann, wenn so etwas geiles stattfindet Moment schon Also Party findet gleich statt Ich würde sagen, es ist zu Recht im Partybreak und ich hoffe, mir geht es nachher etwas besser Oh 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 Musik Man kommt rein, das komplette Schloss ist dekoriert, von unten bis oben. Es sind drei Floors mit drei verschiedenen Musikstilrichtungen. Es ist gut gespielt. Letztes Jahr hatten wir eine Foltershow. Dieses Jahr wird noch eine Zombie-Invasion sein, in der wir von Zombies überfallen werden. Es ist immer etwas Spezielles. Es erwarten viele verschiedene Leute, die cool aussehen. Musik Gaffig! Unglaublich aber wahr, Damen und Herren. Halloween kann man hier eindeutig feiern. In Pfefferspatra geht's auch dieses Jahr wieder einen vollen Erfolg. Ja, mir geht's auch wieder ein bisschen besser. Gut, das will niemand sehen. Normalerweise ist es ja so, dass man je früher am Morgen wird, desto schlimmer geht's einem. Mir geht's extrem gut. Ich weiss auch nicht wieso. Ja, ist auf jeden Fall gut, weil ich bin mega fit für den Special Ausgangstipp für das kommende Weekend. Und nicht nur für das Weekend, sondern für gerade eine ganze Woche. Man wechselt sozusagen von Bedragetz in die Hauptstadt, von der Party zumindest, nach Zürich. Und zwar hat das zu Recht auch seinen Grund. Und zwar feiern wir vier Jahre Club Hiltl. Wir wissen, für die, die es nicht wissen, die wissen es jetzt gerade, seit über 113 Jahren gibt's das Traditionshaus Hiltl in Zürich. Der Tempel sozusagen für die vegetarische Spezialität. Und seit genau vier Jahren gibt's auch einen Club dazu mit Top-DJs aus der ganzen Welt, wo das Publikum mit dem besten Club-Music, R&B, Hip-Hop, House, Funk, Soul, bis hin zu Party-Tunes immer verwöhnt. Ja, und jetzt wird richtig feiert. Vier Jahre und nicht einfach nur am Weekend. Ja, das wäre ja völlig bescheuert. Nein, wir machen gerade sozusagen eine ganze Woche durch. Und zwar vom Dienstag, 1. November bis und mit Sonntag, 6. November. Das ganze Line-Up gibt's im Netz unter hiltl.ch slash club. Wir sind am Samstag live vor Ort, machen einen geilen Party-Break. Vielleicht sehen wir uns dann und sonst auch unter der Woche vorbeigehen. Eine lohnenswerte Sache. Ja, mehr Ausgangshinweise für die ganze Schweiz. Die besten gibt's bei uns im facebook.com slash starttv.partybreak. Und wir sagen Gruss aus Badragetz in die Schweiz. Und nächste Woche wird's wieder Party-Break mässig geil. Aus dem Hiltl. Tschüss! Auf dem Hiltl. Auf diesem Hiltl. wird's nicht mehr, bis gut getroffen sind. Auch stattdessen stoß. Obliv, nein, auch ganz einfach Arme.